Wir alle aus der journalistischen Branche sind erschüttert über die Vorwürfe, die eine junge Journalistin gegen den FDP-Spitzenmann Brüderle erhebt. Er soll geguckt und gequatscht haben. Das ist ein Jahr her. Damals war er zwar noch jünger, aber noch nicht das Spitzengesicht im FDP-Wahlkampf. Und er war nicht so jung, dass man sagen könnte, er war jung. Es ist wirklich nicht mehr zeitgemäß und sehr schockierend, mit welcher Selbstverständlichkeit ein männlicher Politiker davon ausgeht, dass eine junge Journalistin an ihm interessiert ist und sich für die Nähe zu Insider-Informationen dazu hergibt, sich angucken und bequatschen zu lassen. Morgen geht's weiter.